Ich wurde vergiftet. Oh, Jesus Christ. Was hinzufügen? Schwierigkeitsgrad 30? Okay, wir kommen hier auf jeden Fall nicht ran. Also, es ist egal, wie oft ich das wiederhole. Ich glaube, da muss ich eine... mindestens eine 20 würfeln. Das ist okay. Enklavenbibliothek. Okay, hier komme ich nicht weiter. Ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt den Vergiftet-Status hat. Hat er gar nicht mehr. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, da müssen wir auf jeden Fall, wo wir weitergehen müssen. Hier können wir mit dem... mit dem erstmal nichts anfangen. Vielleicht später noch, damit ich... wenn ich weiß, was da los ist. Die Tür konnte ich jetzt auch nicht irgendwie benutzen. Wir gehen also hier hinten weiter. So... Let's go. You're gonna be sorry! Every last one of you! Is something real? Huh? Oh, you teeths are all boring! Even your cages are boring! Was haben wir denn hier? Ich bin gerade, warte mal, ich bin im Gefängnis? What? Okay, wir könnten hier unten lang und dann hier lang, aber ich verstehe nicht ganz, was jetzt hier die Annahme ist. Das ist so eine Goblin-Tante, mit der will ich auf jeden Fall nichts zu tun haben. Okay. Ja, hm. Wofür ist denn jetzt dieser Schlüssel, Chat? Vielleicht für die Truhe? Angesenkt? Die Truhe hier oben hatte einen relativ harten Difficult-Faktor. Ich gehe davon aus, das wird für die Truhe gewesen sein. Ah, äh ja, äh ja, bin mir fast sicher. Eine Frage. Von der Master Monster Hunter. Wie würde du an der Kälte von einem Vampire kommen? Um zu Beginn, lege ihn in den Sonnen und versuche einen Stadten durch eine Zeit. Warum? Ich bin nur curious. Just curious. So, wir müssen weiter hier lang. Ausgeblutetes Wildschwein. Wir machen mal Heilkunde. Zehn. Let's go. Das wäre der Wurf gewesen, den wir gebraucht hätten für die Falle. Person bezaubern? Ne, ich will keinen bezaubern. Ja, nice. Das wäre der Wurf gewesen. Hm. Feels weird, man, bro. Theoretisch ist hier unten eine Höhle. Aber das könnte eventuell ein Problem sein bezüglich der Vampire. Oh mein Gott, what the fuck. Fallentschärfung, das kann ich direkt ihm geben. Ja, goblins. Hier hinten ist auch hier noch Blut zu sehen. Also es ist die Frage, in welche Richtung wir gehen sollten. Aber hier hinten scheint es zu sein. Gucken wir mal kurz hier runter. Nichts. Hier ist auf jeden Fall noch jemand tot. Hier wurden gerade eine Menge Würfe wegen Wahrnehmung nicht geschafft. Na ja, ich habe eine Limitierung, was Gewicht angeht. Ah. Oh. Oh mein Gott, Schwierigkeitsgrad 2. Okay, haben wir geschafft. Göttliche Führung ist einer unserer wichtigsten Perks bis jetzt. Okay. So, der Turpel ermöglicht uns, andere zu influenzieren. Wie sehr interessant. Versuch. Don't get to excited. Influence comes at a cost. And until we know what that cost is, the only reasonable approach is a cautious one. You have the ability to manipulate people. Make them bend your every whim and you'd be cautious about it. That's no fun. Ja, es ist wirklich, wenn die von den Parasiten kommen, sollten wir da sehr vorsichtig sein. Alter, wir sind jetzt hier unter den Goblins oder was? Motherfucker. Oh, relativ schwer. Das weiß ich noch nicht, wie ich das benutzen soll. Vielleicht ihm? Warte mal, ist das leicht? Helm, der hasst. Zum Beginn erhält der Träger drei Züge lang Wucht. Ein Gefühl der Dringlichkeit sorgt für Ansporn. Die Bewegungsrate der betroffenen Kreatur ist für restliche Dauer Effektreise auf 1,5 Meter erhöht. Oh, wow. Oh, wow. Das ist sehr, sehr gut. Bewegungsraterhöhung ist, glaube ich, sogar sehr gut für unseren Assassinen. Ich glaube, wenn unsere Assassine die Bewegungsrate erhöhen kann, wäre das sehr krass. Ich blende den Helm mal aus. Ich finde das komisch bei ihm. Sieht das komisch aus. Gebt mir all euer Gold und das Silber dazu. Magierrüstung. Was hat er noch bekommen hier? Schriftrolle gut und böse. Schriftrolle sprühende Farbe. Blenden. Warte mal. Ist da jemand festgebunden, Alter? Das ist ja großartig. Oh mein Gott. Warte mal. Wir können hier alle rein, oder was? Mein Gott. Wir können überall rein? Scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Warte mal. Wir müssen hier auf jeden Fall weiter nach Westen. Das steht fest, unabhängig von dem ganzen... Ich gucke mir mal an, was hier passiert. Das interessiert mich schon ein bisschen. Ich gucke mir mal an, was hier drin ist. Höllen tut ihr da. Was ist es, blöde, look like? We're teaching this here Pipsqueak to fly. Ich gucke mir mal an, was hier drin ist. Ich gucke mir mal an, was hier drin ist. Ich gucke mir mal an, was hier drin ist. Ähm... Ich könnte den Charisma-Wurf machen. Der ist schon sehr stark. Ich werde ihn überzeugen. Der Schwierigkeitsgrad ist aber sehr hoch. Aber trotzdem könnten wir das schaffen. Ah, leider nicht. Oh mein Gott! Göttliche Führung hat uns den Arsch gerettet. Göttliche Führung hat uns den Arsch gerettet. Das war krass. Wie kriegen wir jetzt den... Wir kriegen... Ja... Irgendwann, wenn er vorbeikommt, sagt er... Help! Help! Das... Oh Gott! Oh no! So, ich glaube, ich muss mit ihm rein. Help! 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 Um... Puu... Help. Help. Allright. Allright. Tof! I was in der Ahnung. Tof! 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 Tofu! Tofu! Ich freh das mal mit E-Mail. Was springt für mich dabei raus? Okay, wir befreien ihn. Weiter mit was? Erzählt erst mal, wie er gefangen wurde. Hm. Das ist eine Seelenmünze. Okay. Der hat irgendwo Klamotten hier unten. Ähm, ich schnapp mir mal kurz den und geh mal damit nach oben. Wo hat er seine... Hm. Tja, 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 tja. Was hat sie? Oh, hier ist eine Luke. Ja, da sind die Sachen. Safe call, safe call. Schwerer Rucksack. Rauchpulversack. Wow. Zwölf bis 21 Schaden. Gold. Und Brot. Okay, was haben wir hier noch? Oh. Oh. Blinke Füße. Wenn der Träger im Kampf sportet oder ähnliche Aktionen ausführt, erhält er drei Blitzladungen. Cool. Okay. Spurtenblitzladungen. Auf wen brauche ich das denn? Eigentlich kann ich das auf allen gebrauchen. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Blitzladungen mache. Blitze durchzucken dich. Du hast einen Angriffswürfe und bewirkst einen Blitzschaden. Oh. Oh. Mittlere Rüstung. Ich glaube, die einzige, die das benutzen kann, ist sie. Alle anderen haben leichte, leichte Rüstung. Ja. Das ist aber okay. Das ist aber okay. Sie kriegt also Plus Eins auf Angriffswürfe und ist ein bisschen athletischer. Ich muss sie allgemein ein bisschen mehr im Nahkampf benutzen. Ähm, als Kleriker ist das für sie relevanter. Was hat sie eigentlich für ein Schild? Sie hat ein ganz normales Schild, ne? Nietenbesitzer Schild. Okay. Ich muss sie mehr benutzen, um, ähm, Damage abzufangen. Ich glaube, dass die Leute dich verraten können. Ist auf jeden Fall möglich, ja. So. Äh, jetzt zurück zu unserer Route. Wir wollten die Goblins finden. So. Wir müssen, glaube ich, hier lang. Oh mein Gott, hier ist der Eingang. Ja, da drüben ist es. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir müssen so oder so rüber. Da kommen wir aus einer anderen Richtung ran. Wir könnten auch hier lang. Die Frage ist halt, ob es geil ist, hier direkt über die Brücke zu gehen oder einen anderen Weg zu suchen. Ich speichere mal. Das ist das Lager. Okay, ich muss die Gruppe aufteilen. Das heißt, wir müssen die Gruppe zu suchen. Ich muss die Gruppe aufteilen. So, das ist dein Ulf, ähm, das ist dein Pfeil. Ich muss ihn dir berufst. Er bleibt unten. Ich gehe mit hoch. Und sie bleibt unten. Wir teilen uns in zwei Runden, in zwei, äh, in zwei Teams auf. So, und dann können wir mich hier unten bekämpfen. Und die oben ausschalten vorher. Okay. Ich muss ein bisschen aufpassen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir mit allen hochgehen. Weil die kommen ja hier so oder so hoch. Das heißt, am Ende des Tages... ...muss ich mit allen hoch, glaube ich. Warum ist der nicht mehr am Schleichen? Digger, was? Ich dachte gerade, was? Das hat jetzt anscheinend nichts getriggert. Warum hört ihr auf zu schleichen? Warum hört ihr auf zu schleichen? Oh, ich warte jetzt noch mal, bis der sich umdreht und dann kicke ich den hier runter. Und warte die da unten... Habe ich irgendwas in AOE-Schaden? Oh nein, ich kann nicht schmieren hier unten. Ja, ja, okay. Ich weiß, was ich mache. Ich krieg den hier runter. Warte a minute. Ich hätte einfach reinlaufen können. Okay, wir leben jetzt erstmal mit den Konsequenzen. Ähm... Das ist kein Problem. 40% ist zu wenig. Und dann sehen wir uns. Lass uns noch etwas Zähnchen finden. Okay. Meine Faith will mich schützen. Gott, aufzüglich. Komm, komm, ich kann nicht schlafen. So, ich kann jetzt hier...